So Leute, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video, herzlich willkommen und ich hoffe, ihr seid alle soweit gesund, gut in das Karfreitag-Wochenende jetzt hier von Ostern gestartet und kommt damit auch zurecht, dass wir so die Nächsten und Liebsten nicht unbedingt alle treffen können und dürfen. Ja, in diesem Sinne gehen wir direkt auf die News ein und es hat sich mal wieder ein Kandidat geäußert, von dem hat man in den letzten Monaten und Jahren eigentlich relativ wenig mitbekommen. Nichtsdestotrotz ist er definitiv bekannt, das ist Jürgen Trittin von den Grünen. Ich war nie ein Fan von Jürgen Trittin, aber mir fällt auch gerade nebenbei auf, ich war glaube ich noch nie ein Fan von irgendeinem Grünen. Da zieht sich ein roter Faden durch mein Leben. Egal. Jürgen Trittin hat ein Interview gegeben mit der Welt und hat da verschiedene Äußerungen getroffen. Das ist, also entweder es ist generell die Realitätsferne der Grünen oder aber es ist gepickt auch noch oder gespickt auch noch damit die Realitätsferne eines Bundestagsabgeordneten, den er ja immer noch darstellt, der sich einfach nicht vorstellen kann und nachvollziehen kann, was es heißt in diesem Land zu arbeiten, in diesem Land ordentliche Steuern zu zahlen und nicht von 10.083 Euro und ein paar Cent pro Monat zu leben plus über 4.000 Euro Steuerfreibörschale und was er alles noch dazu bekommt als Bundestagsabgeordneter. Das ist eine Unverschämtheit, steht in keiner Relation zu dem, was dort geleistet wird und besonders auch nicht zu dem, was wir hier in Deutschland verdienen. So und dementsprechend, er hat dann zum Beispiel gesagt, das ist auch der Titel dieses Weltinterviews und den finde ich so respektlos, Olaf Scholz ist in Europa das empathielose Gesicht Deutschlands und sorry, aber ich habe ja Videos darüber gemacht, was Olaf Scholz gerade durchführt, ist alles andere als empathielos, der geht hin und verteilt die Gelder nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Also es kann ja einfach nicht sein, dass er dann so ein empathieloses Gesicht darstellen soll, ob man das jetzt gut findet, was Herr Scholz gerade aktuell macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich will aber auch ein bisschen hier auf die Kommentare von der Welt, sprich in den Kommentarsektionen eingehen, weil hier einige wirklich so anständige Kommentare geschrieben wurden, die ich absolut nachvollziehen kann. Und da brauche ich mich gar nicht explizit selbst zu äußern, weil die treffen nämlich sehr stark meine Meinung. Ludger A. zum Beispiel schreibt, Zitat, Das ist absolut korrekt, wie ich finde, das ist nachvollziehbar, was hier kritisiert wird. Und wie kann sich ein Herr Trittin da so hinstellen, solche Äußerungen treffen? Also zieht euch dieses Interview gerne mal rein oder lasst es auch. Ich war das Ding am Lesen und denke mir nur, warum machst du diesen Scheißdreck eigentlich? Warum ziehe ich mir diesen unwichtigen Kandidaten rein? Oder dann hier von Nautica ganz gut geschrieben, Ach Jürgen, es geht nicht um deutsche Empathie, sondern nur um deutsche Knete. Oder auch sehr gut hier formuliert war das von einem anderen User, von Malte H. A. Punkt, okay, ich oute mich jetzt mal als Steuerzahler, der da ebenfalls empathielos ist. Warum auch nicht? Schließlich soll ich bis 70 Arbeiten mit höchster Abgaben und Steuerlast, geringer Vermögensquote und dank unendlichen Gelddruckens seitens der EZB wird es auch noch mit der freiwilligen Altersvorsorge mau aussehen. Das ist genau das, was ich hier seit Monaten wirklich sage. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir zur Rentenzeit nichts mehr haben. Das Rentenalter wird hochgesetzt, damit man nicht mehr so einfach abschlagsfrei in Rente gehen kann, sondern wenn man, weil man körperlich einfach nicht mehr in der Lage dazu ist, in Rente geht, es einen deutlichen Abschlag gibt. Das ist ein ganz einfaches Prinzip, das hier durchgeführt wird. Wie wäre es, wenn die Südländer, also Spanien und Italien spielen jetzt darauf an, mal ähnliche Steuer- und Rentenreformen inklusive Super-Kugel-Eis-Energiewende Dann können wir über Solidarität sprechen. Ich zahle doch auch nicht die Schulden meines Nachbarn, der dann freundlich lachend mit 60 und höherer Rente seine Lebensarbeit im Eigenheim genießt, aber mich natürlich nebenbei auch noch fleißig über den Gartenzaun beschimpft. Und das ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, was aktuell passiert. Wir lassen uns als Deutsche von anderen Ländern wirklich an der Nase herumführen. In Italien hat man das ja mitbekommen, dass da einige Bürgermeister die EU-Flagge abgehangen haben und sich über Deutschland auch sehr stark echauffiert haben. Einerseits nachvollziehbar, andererseits absolut respektlos, weil Hand aufhalten können sie, nehmen das Geld gerne an, aber ein bisschen Respekt zollen und so weiter, das vermisse ich an der Stelle wirklich sehr stark. Und das finde ich einfach sehr, sehr, sehr traurig. Warum muss Deutschland andauernd und immer wieder für die ganzen Eskapaden und Lebenszustände anderer Länder in der EU einfach aufkommen? So zum Beispiel Italien. Renteneintritt 62 Jahre. Ja, super. Deutschland 67 Jahre. Nettovermögen von Italien 173.000 Euro. Deutschland 57.000 Euro. Leute, das ist alles nicht fair, was hier passiert. EU ist für mich, also sagen wir es so, Europa, dieses Konstrukt, finde ich genial. Aber das System EU, was die angeblich ja verwaltet, dieses Europa, wie wir es aktuell haben, das passt nicht. Das ist Quatsch. Das funktioniert nicht. Das sehen wir einfach. Das sind zu viele, nennen wir es Mentalitäten, zu viele andere, was weiß ich, wie man es begründet, aber es funktioniert nicht. Das haben die letzten Jahrzehnte deutlich gezeigt. Ja, Freunde, dann geht es natürlich genau um dieses Thema Geld und so weiter weiter. Und das Ganze beläuft sich auf noch viel mehr Geld. Denn die EU-Minister und auch der Herr Olaf Scholz haben sich nämlich jetzt darauf soweit geeinigt, dass das große C-Rettungspaket 500 Milliarden Euro bereitstellen wird. Das muss man sich mal reinziehen, was das für eine Summe ist. Und Frankreich spricht hier soweit von einer guten Lösung. Oder wie war die genau Formulierung? Warum haben wir es stehen? Ausgezeichnete Vereinbarung wäre das. Und wenn Frankreich von einer ausgezeichneten Vereinbarung spricht, dann ist das für mich deutscher Klartext. Das wird teuer. Und das wird teuer für uns Deutsche. Weil, ich habe ja gerade die Zahlen auch so aufgezählt, wenn man sich das Netto-Pro-Kopf-Vermögen, das ein jeder Bürger hat, in Italien beispielsweise, Spanien, Frankreich und so weiter anschaut, ist das einfach um deutlich einiges höher als das Deutsche. Und nichtsdestotrotz, es gibt keine Zahlen hier bei den 500 Milliarden, welches Land wie viel exakt davon zahlen muss. Dass wir Deutschen wieder die sind, die den größten Anteil davon bezahlen, davon bin ich leider überzeugt. Darauf wird das Ganze hinauslaufen. Also, ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Wie gesagt, diese EU wird künstlich am Leben erhalten, weil immer wieder billiges Geld gedruckt wird, was teuer für uns ist, billig im Druck, so nach dem Motto, wird reingebuttert in das System. Aber irgendwann, das ist ja eine Art Schneeballprinzip mittlerweile, habe ich das Gefühl, ist dieses System einfach kaputt und funktioniert nicht mehr. Nein. Also, das ist krass. Nach Angaben des Vizekanzlers beinhaltet das Rettungspaket folgende drei Punkte. Erstens, vorsorgliche Kreditlinien aus dem Rettungsfonds ESM. Zweitens, Kredite der Förderbank EIB. Und drittens, das europäische Kurzarbeitergeld. Darüber hatte ich ja auch schon berichtet, die Tage. Das Kurzarbeitergeld, das dann nicht nur in Deutschland zur Verfügung steht, sondern auch für die anderen Länder in der EU. Und darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass das nicht fair ist, wie das dann in Deutschland und in den anderen Ländern verteilt wird. Weil in Deutschland bekommt man bis zu 60%. Aber was Frankreich oder Italien mit bis zu 80%, die da ausgezahlt werden. Leute, das ist eine Unverschämtheit unterm Strich. Und dann nutzt auch die Argumentation nicht, ja, jedes Land bezahlt das, ja. Ja, wo sind die Zahlen hier, welches Land wie viel bezahlt? Quasi das pro Kopf, was pro Kopf bezahlt wird. Und darüber findet man wieder keine Infos. Das wurde wieder nicht klar geäußert. Wenn ich dann den Herrn Scholz hier in einem Interview sehe und er äußert sich dazu und stammelt da so ein bisschen rum, so nach dem Motto, dann weiß ich schon, ja, das wird wieder richtig teuer für uns alle. Ja, Freunde, und weiterhin geht es auch noch jetzt endlich mal um ein Thema bezüglich Verkehr wieder in Deutschland. Das ist ja mein Steckenpferd, habe ich ja sehr, sehr gerne. Ich bin ja Auto-Enthusiast. Und dementsprechend, wir merken langsam, dass Fridays for Future, dass die Dieselfahrverbote und alles, dass das alles unrelevant ist, dass da auch viel gar nicht so richtig ist, wie immer dargestellt wurde. So ist herausgekommen, habe ich ja auch in einem Video schon darüber berichtet, dass die NOx-Belastung, also Stickoxid-Werte, in Stuttgart am Neckartor deutlich höher sind, obwohl deutlich weniger Straßenverkehr oder Autoverkehr dort stattfindet. Ja, das soll mir mal einer erklären, wie das genau passiert. Wir haben auch besseres Wetter, also kann man nicht argumentieren, dass jetzt gerade irgendwie drei Kaminöfen mehr laufen oder sonst was. Kann ich nicht nachvollziehen. So schreibt der Fokus nämlich hier, kaum Verkehr, trotzdem Stickoxid-Spitzenwerte. Das große C entlarvt Fahrverbote als sinnlos. Ach, was ist das denn für eine neue Erkenntnis? Liegt es vielleicht daran, dass nämlich eben man nachweisen kann, dass jetzt die Messwerte auf einmal doch irgendwie anders sind? Das ist das Gleiche. Ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt es war. Es war auf jeden Fall letztes Jahr. Da war in einer Stadt alles für Autos abgesperrt und da waren einige Jogger unterwegs. Und durch die Jogger gab es auf einmal einen rapiden Anstieg an den Messstationen. Leute, das ist doch Humbug, der hier erzählt wird. Das ist doch hirnloser Schwachsinn, wenn eine Verbindung dazu hergestellt wird, dass das hohe Verkehrsaufkommen schuld daran ist an diesen Werten. Offensichtlich ist es ja nicht so. Also, es kann ja nicht sein. Und dass eine Umwelthilfe jetzt hingeht und versucht, sich so ein bisschen umzuorientieren und auf eine andere Art und Weise ein Tempolimit zu fordern, nämlich dadurch, dass die Krankenhäuser dadurch angeblich entlastet würden. Die merken halt einfach, dass ihnen die Felle wegschwimmen. Anders kann ich das nicht mehr empfinden. Aber schreibt ihr eure Meinung jetzt gerne unten rein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, Daumen hoch. Ich wünsche euch allen nochmal frohe Ostern. Dicke Eier für alle. Ihr wisst, wie ich das meine. In diesem Sinne, bleibt weiter entspannt. Bis zum nächsten. Ciao.